Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Wir sind im Finale angelangt und der Daniel ist wieder dabei. Hi, hallo. Hallo, hallo, hallo. Und wir zocken gegen einen, der heißt Maximum. Mal gucken, wen er so im Team hat. Ah, Spanien-Team-Standard halt. David Villa, Benzema, Higoin. Naja, geht so, nicht so ein geiles Team eigentlich. Könnte man eigentlich gewinnen. Finde ich. Können wir das schaffen? Ja, wir werden es haben, Lars. So, jetzt geht das los. Jetzt geht das los. Oh, der David Villa ist ja nach Sevilla gewechselt, ne? Ja. Zum Opfer. Naja, vielleicht spielt er dort, da spielt er 100 Profil mehr. Hey, der spielt da durch, ey. Okay, jetzt haben wir erstmal hier Reusen. Reusen. Alter, Abarth ist übelst der krasse Verteidiger, das gibt's gar nicht. Ich könnte voll austicken, ne? Ich fall hier schon wieder. Ja, komm, ich hab kein Bock mehr auf die ganze Scheiße hier, ich ritz mich. So. Es war ein... Das hat schon mal nicht geklappt. Ramirez, jawohl. Komm. Yes. Gut abgefangen hat er da den Ball. Oh, Digga. Oh, oh, jetzt ist er durch. Hegoin. Und jetzt ist er durch. Aber Santana rennt ihm nach. Lol, er hat trotzdem das 1-0 gemacht. Und was für ein Sohn. Kann man so wieder so rißen, ey. Ohne Scheiß. Ja, jetzt, Alaba. Hey, guys. FIFA, Rally. Ja, hey. Lass mal bitte, das hör ich. Also das hört man, das ist scheiße. Ja, ich hab schon ausgemacht. Was war denn das? Das ist FIFA, Rally, Alter. Das ist der Beste. Ah, den kenne ich sogar. Reus, komm. Oh, man, ne. Ey, ich verkaufe jetzt wieder mein Team. Ich finde es spul. Echt jetzt? Ja, ich finde es einfach nur geil, immer wieder neue Teams zu machen. Blaschikowski 1-1, jawohl. Jawohl, Alter. Alter, ich will jetzt mal Goldpokal gewinnen. Ich hab, naja, manchmal schon, aber ich hab noch nicht so oft den Goldpokal gewonnen in Ultimate. Von Anfang von FIFA 13 war ich richtig schlecht. Und schon ist der gegnerische Angriff. Oh, Reus. Jetzt sind die anderen alle vorne. Alter, was geht denn mit Abate ab? Das ist übelst der krasse Verteidiger. Das ist direkt aus im Ansatz der Konter, aber jetzt ist es vorbei. Klasse, wie er die Situation vorausgebracht hat. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. So, jetzt. Reus, komm, oh Mann. Hä? Mach, machst du alle schnell, also machst du alle, dass sie früher verkauft werden oder machst du, dass sie, ähm, bieten müssen? Ja, ich mach so mehr, also Sofortkaufpreis mach ich so, ähm, halt immer 200 mehr, dass ich halt auch Gewinn gemacht hab und so'n Scheiß. Ramirez? Ah. Komm, so ein Tonner. Ach, komm, Alter. Oh, oh. Oh, oh. Komm, weg damit, Borteng, genau. Sisoko. Nein. Nein. Servo. Ramirez. Oh, ich hab gehört, das war abseits. Ja, was willst du denn jetzt für ein Team machen? Keine Ahnung, Alter. Da kommt einem eh sofort eine Idee. Ich will unbedingt die Natale haben, ey. Der ist so ein King. Ja, ne, der hat die geilsten Bewertungen, ey. Jetzt müsste er angespielt werden. Komm, ey, zwein. Jawoll, Alter. 2 zu 1 machen, das gibt's doch nicht hier, ey. Wir holen den Cup, wir holen den... Oh, bitte schießen Sie den Controller wieder an. Der hat so einen Wackelkontakt, ey. Ich muss mir mal neuen Controller kaufen. Ich freu mich schon so, wenn die neuen Konsolen rauskommen. Ja, ich auch, Mann. Da gibt's aber dann erstmal wieder so einen krassen Fight unter uns allen. Ja, PS4, ey, Xbox, besser. So. Gibt's jetzt? Ja, aber das wird noch krasser, glaub ich. Ja, glaub ich auch. Ja, und das ist das 3 zu 1. Was ist denn hier los? Schade, dass es S-Wall nicht in Form gibt. Das fände ich übel, egal. Den würde ich mir sofort kaufen, egal wie viel er kostet. Nein. Ach so, Freistoß. Okay. Oh, jetzt will er ihn direkt schießen, pass auf. Marco Reus. Servus. Ah, fuck. Feierabend. Feierabend. Oh, aber ich finde, David Villa war letztes Jahr Zicker der beste linke Flanke. Die beste linke Flanke. Weil er 90 Tempo, 485 Schuss. Und dieses Jahr hat er sau wenig Tempo. Und das macht ihn wieder schlecht. Oh, ja. Robert? Robert? Komm, ich mach mal dein Laptop? Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Trap! 3-2, fuck. Aber wir lassen uns da nicht hier jetzt aus dem Konzept bringen, sondern zocken weiter mit Ali. Ali Bauch. Ali Baba. Ich habe einen neuen Namen für Ali, aber... Wie? Ali Baba. Das ist sau lustig. Ali Baba. Jetzt haben wir schon... Leberkäse. Bis ins Eck. Wen hatten wir noch? Rindfilet. Nee. Scheiße, jetzt habe ich gerade einen Fehlpass gemacht, weil ich mich nicht konzentriert habe. Boah! Boah, das ist knapp. Fuck up, Salz. Hoffentlich ist jetzt Halbzeit. Gleich. Es war ganz knapp. Bad ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Es war ein... Alter, das ist so ein Witz, ey. Der Schiri pfeift ab, als ich gerade aufs Tor gelaufen bin. Das ist... Fucking FIFA, ey. Ohne Scheiß. Manchmal regt mich FIFA so auf. Naja, aber wenigstens führen wir... Was ist das für ein Fußballspiel hier? Nichts mit Abwarten, nichts mit Gucken, was der Gegner macht. Gleich voll da. Klasse. So, ich glaube, wir wechseln mal Podolski ein. Aber das machen wir. Wir tun Esswein ins zentrale Mittelfeld. Und tun Podolski in Stur. Mal gucken, wie das so abgeht. Hoffentlich wird das jetzt nicht schlecht durch. Also hoffentlich kommen die jetzt nicht durch, weil er nicht so gute Abwehr hatte. Es war ein... Alla. Alla. Nein! Oh Mann, äh... Alla, die Mutter hat schon wieder das Passwort vom Scheiß-Laptop geändert, Alter. Oh, oh, hier geht ihn jetzt durch. Boah! Alter, da habe ich gerade ein Glück. Oh, nice. Scheiße, Alter, ich bin so behindert. Ich bin so behindert. Immer wenn der Daniel geht. Ich kriege ein Tor. Immer wenn der Daniel weg ist. Da muss man da bleiben jetzt. Und jetzt haben sie den Ausgleich gemacht. Unglaublich, was die Mannschaft hier gelacht hat. Das gibt's doch nicht. Ich schrei den jetzt an, wenn er kommt, ey. Daniel. Halt. Alla, komm, das ist doch ein Witz, Mann. Ja, da kommt was auf uns zu. Daniel, du kleiner Spass. Ja. Immer wenn du gehst, kriege ich ein Tor. Oh. Es stand 3-1. Jetzt, dann bist du gegangen, hast einen Laptop geholt, 3-2. Jetzt fragst du noch ein Passwort, gehst wieder, 3-3. Ich kriege keine Tore, wenn du da bist. Also bleib jetzt für den Rest vom Spiel da. Okay. Gut. 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 Oh, ich wohne gar nicht mehr. Komm, lutsch doch mal, ey. Gut, tsch. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren, sonst wird es nichts mehr. Komm, lutsch doch mal, komm, es war ein. What? Oh, war der knapp. Naja, so knapp war er gar nicht. Ja, so knapp war er gar nicht. Ja. Santana gewinnt das Kopfvoll-Duell, bitte, danke. Ja, bitte, bitte. Piss ins Eck. Scheiße, Alter. Ich stehe voll offen. Fuck. Nein, nein. Boah. Komm, Sissoko. Oh, fuck, der hat keine Kondition mehr. Ja, Reus. Was? Warum mache ich das? Warum? Ich will nicht in die Verlängerung. Ich will nicht Verlängerung haben. Aber es sind noch 20 Minuten. Fuck. Jetzt kann er das 4-3 machen. Aber auch gut aufgepasst. Podolski. Ah, gegen Jordi Alba. Fuck. So. Wenn es interessiert, letzte Zeit. Ähm, Daniel und ich zocken immer letzte Zeit ab 8 Uhr. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Und deswegen wird Daniel jetzt öfters bei Aufnahmen dabei sein, schätze ich mal. Also halt über Skype. Äh. Podolski. Ah. Das war gar nicht so. Komm schon, Alter. Ich muss so jetzt in Täuschen. Alba. Jetzt kommt Santana. Nein. Podolski. Nein. Äh. 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 Nein. Nein. Er ist durch. Er ist nicht. Nein, Alaba. Alibaba macht es, ey. Äh. Kreuz. Da können wir die ganzen Schablone rausholen. Ich sag mal, er ist ne Rakete. Unfassbar schnell. Diese Explosivität im Antritt beeindruckt. wo es kommt wieder wenn sie machen ich habe gerade zu schiss dass ich verliere wo alle so ein Glück die Maria und in der Mitte ich spiele durch die 9 Juli Alba ist schneller natürlich was hast du gemacht da ist so eine scheiß um Mücke in meinem Ding nein oh Trapp du geile Sau no 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 oh es ist fuck es ist schon 86 und er hat schon wieder Eckball er hat schon wieder Eckball komm jetzt nach vorne Podolski Reus Sisoko es war ein Blaschikowski es war ein es war ein wow wow jetzt könnte es gefährlich werden komm Gündo kann nein Gündi fuck zwei Minuten Nachspielzeit aber er hat Abstoß oh oh Boateng Kopfball jawohl Reus Reus Poldi Poldi und das ist das Tor in der 90. Minute Podolski mit am D das ist das Tor jetzt haben wir den Goldpokal so wie es aussieht Alter ich glaube da hat sein Kontroller jetzt ins Eck geschmissen oder ne er spielt weiter oh oh er zockt sich gerade durch mit oh hau den Ball weg hau den Ball weg und das ist das Tor äh na fick dich aus vorbei 4-3 gewonnen wir haben den Goldpokal gewonnen das ist geil im zweiten Anlauf hier auf diesem Kanal wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin ciao Wir müssen eucheno drración blatt